In diesem Film geht es um Chemikalien und manche sagen, wir sind alle damit verseucht. Es geht um PFAS. Man braucht sie für tausende Alltagsprodukte, wie Pfannen, Kosmetik, Backpapier, Kunstrasen. An PFAS sind schon Tiere verendet. Und auch für Menschen sind sie schädlich. Wenn das mal drin ist, ist es drin, bis man unter der Erde ist. Warum sind PFAS nicht verboten? Wir sind auf dem Weg in einen Ort, da ist etwas sehr merkwürdig. Altötting in Bayern. Die Menschen, die hier leben, dürfen alle kein Blutplasma an andere spenden. Denn ihr Blut ist toxisch. Grund sind Chemikalien, mit denen wir täglich in Berührung kommen. Und die in dieser Fabrik produziert wurden. Die Chemikalien heißen PFAS. P-F-A-S. PFAS. Das steht für Per- und Polyfluorierte Alkylverbindungen. PFAS sind nicht eine Chemikalie, sondern eine Stoffgruppe. 4.000 bis 8.000 chemische Verbindungen mit verschiedenen Bezeichnungen. Durch PFAS entsteht eine fantastische Eigenschaft. Der Antihaft-Effekt. Man verwendet sie für bekannte Markennamen wie Teflon und Gore-Tex. PFAS stecken in Outdoor-Kleidung. In Backpapier, Kosmetik, Solarzellen, Computerchips und in Fun. In hunderten Anwendungen. Aber aus dieser Fabrik sind sie ins Grundwasser gelangt. Sie landeten im Boden, im Trinkwasser. Und kamen so wohl ins Blut der Menschen. Rolf Hengel hat besonders viel davon in seinem Körper. 1981 hatte er dort einen Job als Chemiker angetreten. Wie ist das denn mit PFAS? Hatten Sie direkt Kontakt? Wie kann ich Ihnen das vorstellen? Ich hatte ja direkt Kontakt. Ich meine, das ist, man darf es eigentlich nicht laut sagen, aber das ist ein Teil vom Betrieb. Da ist das von der Decke runtergetropft. Das war letztendlich überall, als er mal hatte. Irgendwo direkt einen Körperkontakt damit. Einige Mitarbeiter wurden krank. Rolf Hengel bekam mit 39 Hodenkrebs. Eine Krankheit, die mit PFAS in Verbindung gebracht werden kann. Naja, das war ein Trauma. Und damals habe ich ja auch noch über die Krankheit und Behandlung und so weiter nichts gewusst. Und ja gut, also man kommt dann gar nicht mehr viel zum Nachdenken, weil wenn das festgestellt ist, da ist man ein paar Tage später im Krankenhaus operiert. Rolf Hengel hat bis heute extrem hohe PFAS-Werte im Blut. Sein Wert liegt um 550 Prozent über dem, was als unbedenklich gilt. Untersuchungen zeigen, die meisten Menschen hier im Ort haben zu hohe Werte. Was viele besonders beunruhigt, die Stoffe bleiben fast ewig im Körper. Wenn das mal drin ist, ist es drin. Und bleibt, bis man unter der Erde ist. Vielleicht darf man mal nicht mal mehr verbrannt werden. Ja, weil sonst freigesetzt wird. Alles Dinge, die weiß man im Moment nicht. Der Betreiber der Fabrik 3M Deinien antwortet auf unsere Anfrage. Die Summe wissenschaftlicher Erkenntnisse liefert keinen Nachweis dafür, dass PFOA bei den Mengen, die in oder in der Nähe des Chemieparks auftreten, ein Risiko für Hodenkrebs darstellt. Außerdem habe man in eine sichere Trinkwasserversorgung investiert. Das stimmt. Der Boden und das Grundwasser in der Gegend gelten allerdings weiterhin als belastet. Und die Europäische Umweltagentur warnt, dass einige PFAS mit diesen Gesundheitsgefahren in Verbindung gebracht werden können. Nierenkrebs, erhöhter Cholesterinspiegel, Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen, Hodenkrebs, verringerte Reaktionskrankungen, auf Impfungen, geringeres Geburtsgewicht bei Babys. Was wichtig ist, man wird nicht krank, wenn man eine Antihaftpfanne benutzt. Die Probleme liegen bei der Herstellung und bei der Entsorgung. Kann ich dadurch auch etwas abbekommen haben? Schließlich habe ich nie neben einer Fabrik gewohnt. Für diesen Film lasse ich mein Blut auf PFAS untersuchen. Wie viel ist drin? Und ist das ein Grund zur Sorge? Das Blut wird in ein Labor geschickt. Das Ergebnis werde ich erst ein paar Tage später bekommen. So viel vorweg. Es wird mir Rätsel aufgeben. Die Politik nimmt das Problem jedenfalls ernst. Auf EU-Ebene wird ein Verbot aller PFAS-Chemikalien geprüft. Wir sind auf dem Weg zu einer Firma, die so ein PFAS-Verbot unbedingt verhindern will. Die Firma Weilburger in Hessen. Sie stellt mit PFAS den Antihaftlack für Bratpfannen her. Die Chefs halten das Risiko von PFAS für beherrschbar. Das ist jetzt eine flüssige Deckschicht. Und das gibt nachher die Antihaftnutzschicht. Also das ist das, womit so eine Teflonpfanne beschichtet wird? Ja. Okay. Für die Antihaftbeschichtung braucht Weilburger PFAS. Das wäre jetzt das Rohmaterial dafür. Das sind sozusagen diese PFAS, ne? Genau. Aber darum geht quasi dieser Streit gerade. Soll sowas weiter erlaubt sein? Das ist meine Meinung, ja. Einfach, weil es sicher im Gebrauch ist. Und auch die Probleme, die es natürlich gibt mit der Entsorgung, lösbar sind. Es gibt 4.000 bis 8.000 verschiedene PFAS. Viele davon seien sicher. Das ist das Standardargument der Hersteller. Auch Teflon-Produzent Chemors argumentiert ähnlich. Aber stimmt es? In Produkten wie Pfannen wird eine Untergruppe der PFAS eingesetzt. Die sogenannten Polymere. Beim Braten bleiben sie in der Pfanne. Hier besteht keine Gefahr. Aber man muss sich den gesamten Lebenszyklus der Pfanne angucken. Denn bei der Herstellung der Chemikalien für die Pfanne in der Fabrik werden gefährliche PFAS eingesetzt. In der Vergangenheit sind sie immer wieder ins Wasser gelangt oder haben sich durch die Luft verbreitet. Ein weiteres Problem, die Entsorgung. Studien zeigen, dass auch in Müllverbrennungsanlagen in der Asche oder Schlacke PFAS verbleiben, die schädlich sein können. Man spricht von einem nicht zu handhabenden Risiko für die Umwelt. Das gilt auf die Polymere nicht. Aber warum? Insofern, da die Polymere keine dieser gefährlichen Eigenschaften zeigen. Aber man braucht doch die anderen, die mit den negativen Eigenschaften, um die Polymere herzustellen. Zum Teil. Es gibt aber schon Entwicklungen. Aber noch nicht industriereif für die große? Zurzeit noch nicht. Nee, also gibt es sie noch nicht. Nächstes Jahr vielleicht. Es gibt die Verfahren, es gibt die Polymere. Aber Sie sind noch nicht einsatzbereit? Das sind wir gerade am Prüfen. Gut, aber das heißt, Sie argumentieren mit einer Technik, die es noch nicht gibt? Marktreif? Ja. Und was ist mit dem Problem der Entsorgung? Bei diesem Thema ist der PFAS-Produzent überraschend ehrlich. Da haben die Recyclingunternehmen und auch die Industrie und auch der Gesetzgeber bisher geschlafen, dass sie gesagt haben, da gibt es keinen Handlungsbedarf. Unglaublich ist, in den USA waren die Gefahren schon lange bekannt und wurden vertuscht. Klingt wie in einem Hollywood-Film. Und Tatsache, Hollywood hat diese Geschichte dramatisch und facettenreich verfilmt. Das sind Chemikalien, ich sag's Ihnen. Ich bin auf Dinge gestoßen, die ich nicht verstehe. Da ist irgendetwas richtig faul. Diese Chemikalie, was würde passieren, wenn man die trinkt? Es trinken? Das ist, als würde man eine Handvoll Nägel schlucken. Also woran sterben diese Kühe? Es ist das Trinkwasser. Das hier ist die Chemiefirma aus dem Film. Dupont. Der US-Konzern, der Teflon patentierte und hier produziert hat. Wir sind verabredet mit dem Mann, dessen Kampf gegen Dupont verfilmt wurde. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir treffen jetzt Rob Billet. Rob Billet ist der Anwalt, der überhaupt aufgedeckt hat, wie schädlich PFAS sein können. Vor gut 20 Jahren kam ein Farmer zu Rob Billet. Er brachte Videos mit. Das hier sind die Originalaufnahmen von damals. Direkt neben seiner Farm leitete der Teflon-Hersteller Dupont sein Abwasser in einen Bach. Die Kühe des Farmers starben auf unerklärliche Weise. Das ist der 107th Kaff. Das ist der 107th Kaff. Und ich sage, es ist das hier, das Wasser, das ist das Problem, das ist das Problem. Das ist der 107th Kaff. Das hat das Problem hier. Und ich habe sie alle. Sie informiert mich, wir haben bereits starten ein Prozess zu versuchen, was zu versuchen, was zu versuchen, die Cows zu versuchen. Wir haben eine Team von Wissenschaften. Das Team von sechs Topf Veterinarien werden uns kommen, investigate all das und figure out was zu versuchen, die Cows zu versuchen. Now, at the time, I thought that sounded great. After all, this is DuPont, which was one of the biggest, most sophisticated companies on the planet. So a team of those folks would be figuring out what was happening to these cows. That team went out, took a look, and came back, and as you indicated, they issued a report that essentially said we could not find any chemical concern here. It must be that Mr. Tennant and his family just don't know how to raise cows. Or worse, that they may actually be abusing the animals. Now, when I saw that report, it didn't correlate to anything I had seen on that farm. I went out and visited that farm. I met with the tenants in their family. These people knew how to raise cattle. They were not abusing these animals. That's when I started to get a little suspicious of what was happening here. Ab dann verbiss Billet sich in den Fall und wollte alles über die Chemikalien wissen, die dort im Wasser landeten. Wie er das tat, sieht man an seinem Arbeitszimmer. Er forderte Dokumente von den Chemiekonzernen DuPont und 3M an und bekam sie unsortiert in Pappkartons. PFOA, ein Stoff aus der PFAS-Gruppe. Der wurde in der Fabrik hergestellt. DuPont hatte die Chemikalie ins Abwasser gelassen, den Boden, das Wasser kontaminiert. Im ganzen Ort wurden Menschen krank. Und das hier ist die Kuhfarm heute. Verlassen und verseucht. Der Farmer und seine Frau starben an Krebs. Das ist ja das Haus, wo Wilber Tennant gelebt hat. Das hier ist tatsächlich noch seine alte Wasserpumpe. Das Wasser, das die halt auch getrunken haben. Seine Frau und er und seine Kinder. Und was auf jeden Fall sein Teil wohl dazu beigetragen hat, dass sie krank geworden sind und gestorben. Und die Chemiefirmen wussten da wohl schon seit Jahrzehnten, wie gefährlich PFOA ist. Lots of different animals were studied. Mice, rats, rabbits, monkeys, beagles. And they were seeing toxic effects in multiple animal species. Different organ systems were impacted. Die Gerichtsprozesse von Billet haben gezeigt, mit welchen unglaublichen Methoden Dupont arbeitet. Und es gibt sogar Videos von den Prozessen. Wir haben uns die angeguckt. Dieser Mann hier zum Beispiel, der war bei Dupont zuständig für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und er wusste, dass Schwangere möglicherweise kranke Kinder gebären, wenn sie PFAS ausgesetzt sind. Und die PFAS hier in dem Prozess werden C8 genannt. Und dann gibt es eine große Herausforderung von C8 genannt. Das ist korrekt. So you did see, there was a substantial risk to the women at the DuPont plant who were exposed to C8, enough to remove them from further exposure, correct? No, there was no potential risk to the women. Based upon the 3M study, there was a potential risk to the fetus. Die Kinder der Arbeiterinnen kamen mit Fehlbildungen zur Welt. Etwa Buck Bailey. Seine Krankheit wurde sehr wahrscheinlich durch die PFAS-Exposition seiner Mutter ausgelöst. Immerhin, am Ende wurde PFOA verboten. Also alles gut? Naja, PFOA war nur einer von 4.000 bis 8.000 PFAS-Stoffen. As it took 20 years to deal with just one of them, what people started to realize was that wasn't the only one out there. They started bringing in these safe replacement chemicals. Those chemicals started coming out into the market. Those chemicals started being found in drinking water in the United States, in products. And so people started saying, hey, what about the safety of these chemicals? Ein Ersatzstoff wird in einer anderen Gegend in den USA hergestellt. Man nennt dieses PFAS Gen-X. Hier in dieser Fabrik in North Carolina wird Gen-X produziert. Wir sind verabredet mit Mike Waters. Er wohnt zwei Kilometer von der Chemiefabrik entfernt. Und er hat Angst vor ihr. Hier siehst du auf jeden Fall schon so Aufkleber an seinem Auto. Dass man die Fabrik dicht machen soll. Hi. Hello. Hi, I'm Mike. I'm Johannes. Mike ist ein Hundefan. Aber seine drei kleinen Hunde dürfen meistens nur drinnen sein. Drinnen spielen. Drinnen essen. Wasser gibt er ihnen nur aus der Flasche. Denn das Trinkwasser ist mit Gen-X verseucht. Sie gehen sogar drinnen aufs Hundeklo. Der Mike Waters hat Angst um sie wegen der Chemiefabrik. Er hatte schon mal Hunde. Drei Huskys. Aber sie sind alle innerhalb kurzer Zeit verstorben. Sie tranken das Wasser, in dem Gen-X war. Sie hatten viele Pifas im Körper. Einer der drei, namens Caesar, hatte eine Marotte. When it rained, Caesar would come outside. Out of all of the dogs, he liked to come outside when it rained. But Caesar would come out and sit under this vegetation when it was raining. He'd sit all night long. And once we started noticing, he was getting sores on his backs. So, there is a section about this big, that he would actually have sores where it looked like a chemical burn. Das war Caesars Rücken. Dass das an Gen-X lag, dafür gibt es keinen Beweis. Denn Gen-X war im Blut der Hunde nicht zu finden. Aber Mike Waters lässt es keine Ruhe. Auf Anfrage schreibt die Chemiefirma Comorse, Gen-X sei sicher für seine beabsichtigte industrielle Verwendung. Und durch aufwendige Verfahren reduziert Comorse 99 Prozent aller Emissionen. Trotzdem findet sich Gen-X auch in hoher Dosis bei Mike Waters in Boden und Luft. Laut Messungen, die die NC State University auf seinem Grundstück durchführt, liegt der Gen-X-Gehalt in seinem Trinkwasser bis zu 1400 Prozent über dem Grenzwert. Die Chemiefirma liefert ihm als Wiedergutmachung abgefülltes Wasser in Flaschen. Every two weeks they deliver five cases of water 30 gallons. So they expect us to live off 30 gallons for cooking, feeding the dogs, watering the dogs, watering the birds and watering us. Auch Mikes Nachbarn haben Angst. Jedes kranke Tier ist für sie sofort ein weiterer Fall. Das hier passiert in der Gegend, wo das Tastikular-Kanzer ist. Das hier passiert in der Gegend, wo das so viel bessere, ursprünglich angeblich ungefährliche PFAS Gen-X hergestellt wird. Und auch die Menschen hier am Tisch haben Krankheiten. Warum ziehen sie nicht weg? Die Europäische Union ordnet Gen-X als besonders besorgniserregenden Stoff ein. Es gebe wissenschaftliche Beweise für wahrscheinlich schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen. Der deutsche Professor Detlef Knappe erforscht in der Gegend die Auswirkungen der Chemikalie. Untersucht, wo wie viel Gen-X ist. Ist dieses Versprechen eingehalten worden, dass Gen-X sicher ist? Ich würde sagen, auf keinen Fall, weil Gen-X auch sehr persistent ist. Und genauso persistent wie PFOA ist es nicht ganz so bioakkumulativ. Wenn man die Studien anschaut über die Toxikologie von Gen-X, dann ist es trotzdem noch eine Substanz, die sehr problematisch ist. Persistent. Die Stoffe bauen sich so gut wie nicht ab. Und genau das sei das große Problem. Diese Substanzen sind sehr persistent und sehr mobil. Und damit verbreiten sie sich eigentlich auf dem ganzen Globus. Und ja, damit haben wir eigentlich schon jetzt praktisch die ganze Welt beeinträchtigt. Und das ist eigentlich eine Lektion, die wir schon vor Jahrzehnten gelernt haben, dass wir eigentlich solche Substanzen nicht produzieren sollen. Okay, was heißt das jetzt? Es hat ja mehr als 20 Jahre gedauert, das eine Teflon-Pfas zu verbieten. Und der Ersatzstoff Gen-X ist jetzt auch möglicherweise schon wieder nicht ganz unproblematisch. Und das sind ja nur zwei von den 4.000 bis 8.000 PFAS, die es gibt. Darunter sind bestimmt auch ein paar, die ungefährlich sind. Aber wenn man alle überprüfen wollen würde, auf die gleiche Art und Weise kann es ja Jahrzehnte dauern. Und das ist wichtig für jeden von uns. Das Ergebnis vom Bluttest ist da. Und ich habe, wie offenbar jeder in Deutschland, PFAS im Blut. Und zwar ganz schön viele unterschiedliche. Bei PFOA liege ich sogar über dem HBM1-Grenzwert vom Umweltbundesamt. Was bedeuten diese Werte? Dr. Thomas Shetkin hat das Blut untersucht. Es ist sozusagen über der ersten Schwelle. Das heißt, sie sind sozusagen in einem gelben Bereich. Es ist noch nicht kritisch, aber sie haben auch einen auffällig höheren Wert. Wenn man sich jetzt meine Werte anguckt, wie ist denn das wahrscheinlich überhaupt reingekommen? Das ist sehr schwierig zu sagen. Das kann zum einen über die Nahrung sein. Es gibt verschiedene Studien, groß angelegte Studien, die zeigen, dass zum Beispiel der Fischkonsum ein gewisser Prädiktor ist für einen erhöhten Level. Oder auch der Konsum von verpackten Nahrungsmitteln oder die sogenannten Fastfood-Verpackungen sind in der Regel beschichtet mit perfluorierten Substanzen. Eine Krebsgefahr bestehe bei Fällen wie meinem wahrscheinlich nicht, sagt Dr. Shetkin. Aber auch, weil wir alle schon PFAS in uns haben, prüft die EU pauschal, alle PFAS-Stoffe zu verbieten. Die einzige Ausnahme, wenn PFAS wirklich relevant für die Gesellschaft sind, also wenn sie unersetzlich in bestimmten Produkten sind, zum Beispiel in der Medizin oder in der Halbleiterindustrie, dann soll die Produktion weiter erlaubt bleiben. Das heißt aber natürlich, Backpapier oder eine Bratpfanne oder bei einer Zahnseide, da wäre die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass es sowas in Zukunft nicht mehr mit PFAS gibt. Solche Pläne findet die PFAS-Pfannenindustrie natürlich gar nicht gut. Sie ist überzeugt, ein PFAS-Verbot ist falsch. Die Industrievertreter des Verbandes laden uns ein. Sie sprechen im Namen bekannter Hersteller wie Zwilling, Fissler, Woll, Tefal, BMF und auch von Chemors, dem Chemiekonzern. Gemeinsam kämpfen sie für die PFAS-Antihaftpfanne. Was sagen sie zu den vielen Problemen, die PFAS verursachen? Der Eindruck ist ja, in Belgien, in Bayern, in Parkersburg, in Fayetteville, überall wo es produziert wird, ist es immer schiefgegangen. Die Werte, die jetzt vor allem in den gewissen Fällen in den USA und auch jetzt in Belgien bekannt geworden sind, das sind Daten aus der Vergangenheit. Jetzt kann man sagen, aufgrund der Vergangenheit hört man auf mit dem Stoff und macht ihn nie mehr. Oder man sorgt dafür, dass in der Industrie korrekt damit umgegangen wird. Alles sicher machen. Geht sowas wirklich? Was ist zum Beispiel mit unserem Müll? Dafür bringen wir mal Dinge, in denen PFAS sind, auf einen Recyclinghof. Normalerweise würden wir die vielleicht im Hausmüll entsorgen. Alte Schuhe, Imprägniersprays oder Backpapier. Es ist ja schon interessant zu wissen, wenn man, sag ich mal, Outdoor-Sachen oder Wasserabweisensachen hat, was macht man dann am Ende damit? Wenn es wirklich Schrott ist nachher und die Outdoor-Jacke ist völlig zerrissen, zerschlissen, dann müsste es das normalerweise, damit die PFAS raus sind, ja, in die Sondermüllverbrennungsanlage. Auch die Hausmüllanlagen filtern PFAS heraus, sagt Sotteck. Aber in der Asche und der Schlacke seien die Chemikalien noch zu finden. Das Thema PFAS, das kommt jetzt ja hoch. So langsam. Langsam aber sicher. Und da wurde sich noch gar nicht viel Gedanken gemacht. Es wurde produziert, produziert. Vergleichsweise, wie man sagt, früher mit dem Asbest, mit dem Ethanit, da hat man gesagt, Mensch, ein tolles Produkt, feuerfest, das hält, alles toll. Und dann nachher kam ja erst auf, Mensch, das ist ja krebserregend. Und gar nicht so schön in den Sorgen. Gore-Tex schreibt übrigens, man sei bestrebt, unser Umwelt- und Abfallmanagement kontinuierlich zu verbessern. Gore-Tex und Nike betonen, sie arbeiten daran, PFAS in Zukunft nicht mehr zu verwenden. Probleme über Probleme. Und das Verbotsverfahren wird offenbar behindert. Mit Studien und Papieren versucht die Industrie, das PFAS-Verbot zu torpedieren. Wir gucken uns ein Positionspapier mal genauer an. Das hier ist das Positionspapier vom FEC, das ist ja der Topf- und Pfannenherstellerverband. Und im ersten Moment sieht es total seriös aus, stehen sehr viele Argumente drin und vor allem ganz viele Fußnoten, also Belege, Quellen wissenschaftlicher Art. Gucken wir uns diese Quellen mal genauer an. Der erste Treffer hier, tefal.com. Und tefal stellt ja selber PFAS-Fannen her. Und dann ist natürlich die Frage, wenn jemand selber die herstellt, ob die Informationen von ihm so wirklich kritisch mit dem Produkt verbunden sind. Auf die Frage dazu verweist tefal darauf, dass Antihaft-Kochgeschirr im Gebrauch ungefährlich sei. Aber auch bei den anderen Quellen finden wir wieder, Dupont hat mitgeschrieben. Für das Positionspapier verantwortlich sind ja diese beiden Herren. Wir haben dieses Positionspapier geschrieben und publiziert. Wir haben anschließend Feedback bekommen dazu. Das revidierte Positionspapier hat alle Referenzen zu diesen Quellen herausgenommen. Das heißt, Sie sehen das selber als unglücklich an? Das ist unglücklich und das haben wir intern auch zu Diskussionen geführt. Ein neues zweites Positionspapier mit quasi den gleichen Argumenten, aber ohne die zweifelhaften Quellen. Das Interessante ist aber, jetzt stehen hier fast gar keine Quellen mehr drin. Also gibt es gar keine neutralen Quellen für Ihre Behauptung, ist meine Frage. Es gibt wenig neutrales Material zu diesem Sachgebiet. Weil wer untersucht Kochgeschirr? Aber eine neue interessante Quelle gibt es hier drin dann doch. Und das ist wirklich von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auch noch sehr renommiert sind. Wir suchen diese Forscherinnen und Forscher. Das ist Dr. Juliane Glüge von der Universität ETH Zürich, die vermeintliche Kronzeugin der Pfannenhersteller. Wir sprechen mit ihr und sie ist ziemlich überrascht, denn ihre Forderung sagt das Gegenteil von dem aus, was die Industrie verbreitet. Aber ist das Positionspapier zumindest stichhaltig? Sie haben halt gar keine Argumente vorgebracht, die sagen bloß, dass die Eigenschaften anders sind. Aber das sagt ja überhaupt nichts aus über die Probleme, die diese Chemikalien in der Umwelt machen und für den Menschen auch. Von daher ist es nicht überzeugend, was dort drin steht. Der Verband sagt, man habe eben nur einen Sachverhalt zitiert. Aber hätte man die Hauptaussage der Studie nicht auch nennen müssen? Also ich kenne keine Firma, die sagt, bitte kauf mein Produkt nicht. Wirkt dieser Lobbyismus trotzdem? In der deutschen Politik wachsen offenbar schon die Zweifel an einem Verbot. Etwa bei Gerald Ullrich, der bei der FDP für PFAS zuständig ist. Er vertraut den Chemiekonzern, dass die sicher produzieren können. Also ich bin generell für den risikobasierten Ansatz, dass man sagt, ein Stoff ist potenziell gefährlich in seiner Verarbeitung, aber nicht mehr im Produkt. Also muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich die Gefahren bei der Verwendung, bei der Produktion und bei der Verwendung des Stoffes hin zum Endprodukt sicher gestalte, sowohl für den Menschen wie auch für die Umwelt. Die zuständige SPD-Sprecherin ist zwar für ein breites Verbot von PFAS, allerdings hat sie auch Sorge, Arbeitsplätze zu gefährden. Wir müssen jetzt gucken, was nächstes Jahr mit BASF oder auch mit irgendwelchen Chemiekonzernen passiert, ob es die überhaupt noch gibt. Insofern, wenn wir jetzt nochmal eine neue Regel wieder überhelfen, dann ist es gefährlich und wir sollten das vielleicht mit Augenmaß machen. Die FDP ist dagegen. Die SPD wankt. Zuständig ist unter anderem Umweltministerin Steffi Lembke. Was sagt sie zum Gegenwind der anderen Parteien? Auch in anderen Ländern wurden Stoffe verboten. Einige Substanzen sind global verboten inzwischen. Das heißt, es ist kein Problem, vor dem nur die deutsche Chemieindustrie stehen würde, die natürlich ein wichtiger Arbeitsplatzfaktor ist, auch ein wichtiger volkswirtschaftlicher Faktor ist. Aber wir reden über einen Prozess, der auf wissenschaftlicher Basis über einen mittleren Zeitraum stattfindet, um menschliche Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen zu schützen. Und ich glaube, dass an dem Prozess alle mittun können und sollen. Wenn man sich das nochmal anguckt, dass alles passiert, damit wir im Regen nicht ganz so nass werden, damit der Burger nicht an der Verpackung klebt, damit wir etwas komfortabler ein Steak braten können. Ist es das wirklich wert? Was denkt ihr? Sollen pauschal alle PFAS verboten werden oder nicht? Schreibt das doch in die Kommentare. Und guckt euch vielleicht noch unseren Film zur Sneakerjagd an. Da erfahrt ihr, wo unsere alten Schuhe landen, wenn man sie in einen Altkleidercontainer schmeißt. Oder auch den Film von unseren Kolleginnen und Kollegen von TrueDoku. Orah. Oah. 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 Oah.